Es ist ein wunderschöner Tag in der Welt von Horizon Zero Dawn Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heiße dich herzlich willkommen auf diesem Kanal und natürlich auch bei diesem Let's Play Ich bin der Kaffee Onkel und ich freue mich, dass du dabei bist, um mich zu begleiten Und natürlich Eloy Das hilft bestimmt weiter Ja, bestimmt Und wir, ich zeige es euch mal auf der Map hier Wir müssen hier hin Eine Queste für die Jägerloge Und wir haben noch nicht alle Lagerfeuer hier in der Gegend Und jetzt rufen wir uns mal eine Plätze Sehr schön Yo Dass wir nicht alles zu Fuß gehen müssen Hottie hü Und dann wollen wir mal Wir müssen wahrscheinlich halt Stopp Oh, ich wieder in die Steuerung, ne? So Mitnehmen natürlich Klötterli Die müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall Komm mit Ja, ich und meine Plätze, ne? Okay Gut Das Mit der Steuerung Ich hab grad Da haben wir nochmal so ein Teil Sammeln wir ein Wenn schon am Wegesrand steht, ne? Ähm Ja, ich bin grad Äh Ich hab grad Ähm Prey gezockt Ja, das ist schon lange her Cliff Ähm Im Real Life schon lange Oh, was ist das da oben? Das ist nichts Gutes Kleiner Mann, bleiben wir hier unten Oh oh Ist das das, was ich denke, was es ist? Das ist ein Donnerkiefer, oder? Oder sowas? Lagerfeuer entdeckt Schön für dich Ich glaub, das ist ein Donnerkiefer Oh scheiße, Mann Das ist ein Donnerkiefer Definitiv Äh, ja Den würd ich gerne Eigentlich gerne überbrücken So Mal ganz ehrlich Äh Jetzt trete ich bitte nicht Zum falschen Zeitpunkt um Das wär nicht Nicht günstig Finde ich absolut ungünstig Äh Ich bräuchte den Versteck Das wär gut Äh Shit happens Kein Versteck Oh oh Nicht gut, nicht gut, nicht gut Erstmal speichern Hihihihi Äh Leck mich doch am Arsch Ich bin nicht da Junge Ich bin gar nicht da Ähm Wir rennen mal nach da hinten Ab ins Gebüsch Also viel mehr ins Gras Natürlich Äh Ja, Steuerung Technisch Etwas schwierig Aber ich glaub, das kennt ihr ja Wenn ihr mehrere Spiele spielt Wir haben Ich hab natürlich schon lange Nicht mehr gespielt Oder ein Weilchen Nicht mehr gespielt Lange, ja Und da doch auch Auch schon Oh oh Da ist auch noch so ein Rabe Ein scheiß Ein Angry Bird Ein anderer Angry Bird Ist gut, kleiner Mann Alter Nein, nein, nein Ich bin hier nicht da Ich bin noch gar nicht da Ich bin noch gar nicht da Alter Gut, aber der kämpft grad gegen die Das find ich ganz nice Pass mal auf Ich hab da eine Idee Guck mal hier Einmal Zweimal Oh, 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 oh Aua, aua, aua Der macht aua Der Mann Der Mann ist gut Ah, ah. So. Hi. Mitten ins Ziel. Genau. So, und da der ja ein bisschen beschäftigt ist, hoffe ich. Ähm. Warte mal, ich hab da noch eine Idee. Batsch. Zu weit weg, ne? Komm her. Noch mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich da noch von näher ran will. Alter, machst du Sachen mit mir? Na, komm her. Komm her. Komm her. Ich dachte, der hätte eine Waffe dabei. Komm her. Leg dich hin. Leg dich hin. Sei brav. Sei. Ah, ah. Sei ein braves Miststück. Alter, komm schon. So. Komm, 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 komm. komm her! komm her! komm her! komm her! Arschgesicht! ja ja ist gut ähm 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 oh ja ja Junge, so schlau wie du glaubst bist du nicht shit, warte oku, leck mir einen Arsch nein 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 nein, ich bin nicht da Ich bin nicht da. Ich bin nur ein Vater-Mogana. Aua, das hat weh. So. Oh ne. Komm, kleiner Pisser. Ja, komm her. Aua, 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 aua. Jawohl. Komm. Komm. Oh nein. Alter, der geht aber auch nicht down, gell? Der Sack. Na, Alter, geht doch. Wer sagt's denn? Alter Schwede. Ah ja, ich hab ein Talent dafür. Ohne Witz. Da wäre noch so eine Knarre gewesen. Na super. Alter. Na, nimm's mit. Jawohl. Wir wollen ihn looten. Junge, 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 Junge. Ging's da wieder ab. Ist ja wieder typisch, ne? Ja, das Riesenteil hat die jetzt in die Hosentasche gesteckt. Ja, ja, gut. Wenn's weiter nichts ist. Scheint große Taschen zu haben. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Genau. So, wir wollten ja weiter. Metallscherben. Ähm, wir hatten noch das Teil. Wo, wo liegt denn das Teil? Äh, das Teil. Da hinten. Will ich haben. So. Ein paar Schuss haben wir ja noch. Äh, wo muss ich denn hin? Diese Richtung. Ich kann trotzdem sammeln, gell? Ach, das ist das Falsche, ne? So. Kann ich schleichen damit? Nö. Alter. Na? So. Aua, 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 aua. Uah. Autsch. Arschgesicht. Komm her. Nein, nein. Arsch. Alter. Kann doch wohl nur was sein, oder? Junge, Junge. Was hab ich denn? Ah ja, okay. Äh, wo ist er denn? Arschgesicht. Das sieht nicht so aus, als würde er weiterziehen. Im Gegenteil sogar. Komm her. Komm her. Arschgesicht. Arschgesicht. Komm her. Komm her. Arsch. Arsch. Arschloch. Arschloch. Das kann doch nicht sein. Junge. Komm her. Arschgesicht. Arschloch. 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 Der wäre Geschichte. Der wäre durch damit. Der wäre auch durch damit. Ich hoffe, das sind Heilkräuterli. Ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Egal. Mitnehmen. Die Queste müsste irgendwo da in der Richtung sein. Alter, Verwalter. Kann man ja mal angehen hier, oder? Wir laufen da mal querfeldein. Was soll das? Wo ist denn das andere Lagerfeuer? Wir sind da. Okay. Äh, lalalalalalalalalala. Lalalala. Lalalala. Lalalalalala. Okay. Da okay. Äh, Lagerfeuer. Haben wir hier noch eins. Das will ich mir mal ganz kurz markieren. Dass wir das auch aktivieren können. Ich bin gar nicht da. Das meint ihr alle nur. Was haben wir hier? Jawohl. Sehr schön. Dankeschön. Gern geschehen. Nice. Gut. Wir wollen ein bisschen da rüber. Oh. 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 Hi. So. Oh oh. Oh 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, gar nicht. Oh 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 oh. Alter. Oh 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 mitnehmen mitnehmen holter schwede ja ja ist okay ein füchslein oder sowas da könnte man sich ein fuchsschwanz irgendwo an die plätze machen ne lieber ernie viele grüße an der stelle legt sich nieder es hat sich ausgelandt du lanzen horn du gehirntes getier was auch immer bei der schwede so mitnehmen also alles mitnehmen was mit was was du mitnehmen geht da liegt auch noch was also das war der ursprüngliche wächter nice da müsste noch um ein lagerfeuer sein dass da so hat ist es da gut alter wir haben doch schon gejagt ich weiß gar nicht was ihr alle wollt ich mache eigentlich nichts anderes ich muss auf mein draht auch noch ein bisschen aufpassen hier fünf er damit auch mal fünf ich weiß nicht was ich damit mache schatten scharfschussbogen ja aber was mache ich damit ich weiß nicht was ich damit mache paket betäubt pfeil pfeil ich weiß gar nicht genau was ich mit dem anstellt ist egal so hier haben auf jeden fall eine quest für die loge wo ich ja nicht wusste ob ich die machen will ja die jagdgeschichten ich weiß noch nicht kann sein dass ich die im off macht und das wird doch langsam zeit da kommt doch mehr grau habe ich da auch nicht was den grau habe ich da wüsste mich verarschen das können wir tun so ich glaube ich muss mal hier weg das ist halt weh Arschgesichter! Wir haben aber noch die hier, ne? Warte mal, hör auf! Arschgesichter! Wo sind sie denn? Alter, ist hier gar nichts! Huuu! Alter! Arschloch! So! Genau! Mein Reden! Komm her! Du hab ich, du! Verlieren wir auch noch einen! Guck mal! So! Schau! Lebt der noch? Jetzt nicht mehr! So! Ah, noch einer! Aua! Komm her, Sackgesicht! Arschgesichter! Ähm, ich glaub, ich nehm ihn mal hier ein! Oder mal! Alter! Genau! Mitten rein! Mitten rein! Mitten rein! Mitten rein! Komm her! Arschgesicht! Mitten rein! Mitten rein! Ja, ja! Ist ja gut! Alter! Alter! Die könnte man hier! Die könnte man hier! Die könnten auch mal stillhalten, oder? So! Arschgesicht Komm Komm Oh Sack Ja genau Mitnehmen Mitnehmen Tschüss Autsch Das ist keine Munition Alter Komm her Zack 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 Brenn Scheißviecher Alter Du hast das jetzt immer noch nicht Alter Verwalter Äh Wir machen mal den hier Ah ah Komm her Komm her Nein nein du kommst her du Arschgesicht Ja komm her Komm ich hab noch ein paar Pfeile Wo ist der Okay Irgendwo da runter gefallen Dann lassen wir den da unten liegen Sammeln hier erstmal ein Was wir einsammeln können Alter gibt's ja nicht oder Junge 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 Was haben wir hier noch Kein Platz mehr Wie kein Platz für was Ist ja kein Platz mehr Warte mal Ich hab kein Platz mehr für Kühlsaft Na dann Wenn's weiter nichts ist Gut Dann ist das ja kein Problem Da hinten können wir nochmal speichern kurz Das will ich nochmal ganz kurz machen Speichern Danke Ich hab keinen Platz mehr für Kühlsaft Sowas aber auch Gibt's ja gar nicht Äh Ja Ja Kühlsaft brauche ich dann auch nicht mehr So Dann wollen wir mal reden Mit der Guten Wo ist sie denn Was haben wir denn hier noch Äh Sehr schön Ach ja Kühlsaft bleibt liegen Wo ist sie denn Da ist sie doch Hi Dann reden wir mal Das sollte es wohl gewesen sein Es kommen immer noch mehr Die Soldaten in Morgenbach Bekämpfen sie schon nicht einmal mehr Es scheint sie kommen vom Fluss aufwärts Ich könnte nach dem Ursprung suchen Aber Wenn mehr kommen Ich passe hier auf Du gehst los Ich dachte du wolltest das zu zweit machen Du brauchst keinen der Händchen hält Nö Brauchen wir nicht Definitiv nicht Und wie das weiter geht Was uns Fluss aufwärts erwarten wird Das erfahrt ihr In der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn Vielen Dank fürs Zuschauen Hat mich sehr gefreut Dass du dabei warst Wenn es dir gefallen hat Natürlich gerne immer Wie gehabt Weißt du Bescheid Kommentare Likes Abos Etc Pp Alles immer gern gesehen Bis dahin Ciao 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 Hier sind viele Menschen gestorben Ein Massaker Wer sollte sowas tun Wer sind die Wir können nur zur Göttin beten Nein Rituale und Gebete bringen niemanden zurück Dann musst du das Heilige Land verlassen Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen Eloy von den Nora Was führt dich nach Meridian? Gefahr Eklipse Truppen Sie graben alte Waffen aus Ich weiß, wer die Nora angriff Ein neuer Morgen dämmert am Horizont Ein neuer Tag Der bald anbricht Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie Die Verderbnis und gibt sie wie eine Rauchwolke Ein weiter Weg von der Zitadelle, Eloy Wer bist du? Ein Interessierter Krieger an Eloys Seite Jetzt Es ist also soweit Eloy Das Ende Oder zumindest der Anfang davon Die Verderbnis und absurdität Ich bin Boer Das Ende Was hat sie Ich bin Besuch Wo Pod Ich bin To